Was viele nicht wissen, ist, dass der letzte Schuss von der Ult wesentlich mehr Rückstoß hat als die ersten zwei Schüsse. Und wenn man jetzt den dritten Schuss genau nach unten auf den Boden richtet und dazu noch im richtigen Moment kurz vorher springt, kommt ihr mit Sova überall rauf, wo Jet mit einem Q, einem Updraft, hinkommt.